Wenn du als Coach, Berater, Trainer, Dienstleister, was auch immer, Videos bei YouTube, bei Instagram oder sonst wo hochladen möchtest und dann Untertitel brauchst und auch vielleicht aus deinem Querformat-Videos, Hochkant-Videos machen möchtest, dann kommst du um ein Tool nicht herum und das ist Opus Clip. Bei Opus Clip schmeiße ich zum Beispiel meine kompletten Schulungsvideos rein, die gehen dann so 8 bis 10, 20 Minuten manchmal und Opus Clip macht mir dann aus einem Video, 10 Minuten zum Beispiel, 15, 16 Shorts oder Reels. Je nachdem, was du möchtest und wie Opus Clip funktioniert und warum du es unbedingt verwenden solltest, das zeige ich dir in diesem Video. So, wir machen gar nicht lange rum, ich teile dir direkt den Bildschirm und du kannst schauen, wie Opus Clip genau funktioniert. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das bitte an der Stelle schon mal, denn hier geht es um Coaching, um Verkauf, um Kommunikation, um Business Building. Wenn du also vorhast, dir dein eigenes Online-Business aufzubauen, dann bist du hier genau richtig. Also, kleines Abo da lassen, freue ich mich und wir loggen uns einmal ein. Wenn du dich eingeloggt hast, es kann sein, dass du noch einen Code bekommst, also du meldest dich mit deiner E-Mail-Adresse an und dann schickt dir Opus Clip einen einmaligen Code. Da ich jetzt schon angemeldet bin, habe ich den natürlich nicht bekommen. Ich wollte das ja hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Und jetzt kannst du hier entweder einen Link eingeben von einem YouTube-Video. Wenn du jetzt bei YouTube schon was gepostet hast, dann schmeißt du einfach hier den Link rein. Oder aber du nimmst ein Video von irgendjemand anders, schmeißt das hier rein, kopierst den Link hier rein und dann kriegst du daraus ein Shorts- oder Reels-Video. In meinem Fall mache ich es jetzt ganz einfach so, dass ich ein Video, das ich hier habe, reinlege. So, er lädt jetzt das Video hoch und natürlich warten wir jetzt keine sieben Minuten, sondern ich hole dich gleich wieder ab, wenn es fertig ist. Opus Clip hat das Video jetzt hochgeladen und du könntest es theoretisch jetzt auch direkt draufdrücken. Dann würde Opus Clip aus deinem Video, je nachdem wie lange es geht, 5, 10, 20, 30 kurze Videos schneiden automatisch. In meinem Fall möchte ich gerne noch ein paar Einstellungen machen. Und zwar einmal die Untertitelsprache kannst du im Prinzip auch auf automatisiert lassen. Oder du stellst sie hier unten ein. Ich habe es jetzt beide schon probiert. Macht keinen Unterschied. Das kann er also ganz gut. Und hier unten kannst du noch sagen, wie deine Untertitel aussehen sollen. Also welches Design sollen die haben, sollen die hier oben sein, in der Mitte, welche Farbe sollen die haben und so weiter und so fort. Da gibt es ein paar Vorgefertigte. Oder aber du kannst auch dein eigenes Template einstellen. Das habe ich hier gemacht und ich nehme jetzt hier mein eigenes Preset und gehe dann hier weiter runter. Eine neue Funktion, die ich sehr spannend finde, ist, dass wenn du Only Add Caption Without Clipping hier anwählst, dann wird dein Video nicht geschnitten, sondern es werden nur Untertitel in deinem Design, also quasi dem Video hinzugefügt. Das macht dann Sinn, wenn du vielleicht auf deiner Webseite ein Willkommensvideo posten möchtest, das im Querformat ist und du dann einfach sagst, die sollten ein bisschen peppiger aussehen, ich möchte gerne Untertitel hinzufügen, nicht so langweilige, die sollen ein bisschen was hermachen. Dann kannst du einfach hier draufdrücken, Only Add Caption Without Clipping und ansonsten in meinem Fall lasse ich das jetzt, weil ich möchte ja aus meinem Video, das in dem Fall 8 Minuten 31 geht, mehrere kurze Videos, Shorts, Reels und für TikTok, für Instagram und für YouTube generieren und ich nehme das gesamte Video. Du kannst auch sagen, ich möchte nur einen Teil des Videos. Wenn du jetzt ein Intro hast von zwei Minuten, wo du vielleicht Folien zeigst oder so, dann macht das Sinn, das vielleicht zu kürzen oder wenn du weißt, in der Mitte hast du einen Part von deinem Webinar als Beispiel, was vielleicht eine Stunde geht und du möchtest nicht so viele Credits aufbrauchen, du siehst hier oben immer, wie viele Credits du hast. Also bei mir ist es noch relativ viel und auch noch jede Menge Zeit über. Also ich kann es mir leisten, das ganze Video zu nehmen, mache ich auch tatsächlich immer, aber wenn du jetzt ein Webinar hast, was halt länger geht, eine Stunde, dann solltest du das vielleicht nicht tun, denn dann ist deine Zeit hier oben relativ schnell auch um. Und in meinem Fall möchte ich auch Videos kreieren, die eine Länge zwischen 30 und 60 Sekunden haben. Warum? Weil es einige Plattformen gibt, die eben das reglementieren. Also bis 60 Sekunden kannst du nur hochladen, deswegen entscheide ich mich immer hier zwischen 30 und 60 Sekunden. Wenn du es für eine andere Plattform nutzen möchtest, wo du vielleicht längere Videos haben möchtest, dann kannst du die auch bis zu 10 Minuten schneiden lassen. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn dein Video auch mindestens eine Stunde oder halbe Stunde wenigstens lang ist. Und was du hier unten noch machen kannst, ist, wenn du zum Beispiel auch wieder Beispiel-Webinar, ein Teil hast in diesem Webinar, wo du sagst, davon möchte ich gerne die Videos kreieren, ich bin mir aber nicht sicher, wo das hier ist, wo ich hier quasi schneiden soll, dann gibst du hier einfach die Worte ein, also die Keywords, um die es da geht, zum Beispiel jetzt Verkaufen oder Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer. Und Opus Clip sucht sich dann in deinem Video, egal wie lang es ist, diese Teile raus, wo es genau um diese Keywords geht. Ich lasse es offen, weil ich möchte ja möglichst viele Videos haben und drücke dann hier auf Get One Clips. Und dann generiert mir Opus Clip aus meinem Video mehrere kurze Videos, dauert jetzt auch wieder so ungefähr eine Viertelstunde. Wir warten natürlich nicht die 16 Minuten, nochmal der kurze Hinweis, wenn dir das Video gefällt, abonnier den Kanal und ich habe unten in der Beschreibung auch einen Link drin zu Opus Clip und da kannst du Opus Clip auch kostenfrei einmal testen. So, da haben wir doch schon ein paar Ergebnisse. Mal gucken, wie viele Videos aus meinem 8,5 Minuten Video jetzt Opus Clip erstellt hat. Scroll dann mal einfach ganz kurz nach unten. Ja, 14 Stück aus einem 8,5 Minuten Video, das ist ein gutes Ergebnis. Gleich vorweg, du wirst nicht alle Videos gebrauchen können, denn manchmal sind die aus dem Kontext heraus, also die KI ist zwar schon sehr, sehr gut, aber manche Dinge, die passen dann einfach nicht zur Botschaft. Das heißt also, wenn du ein kurzes Video erstellst, möchtest du ja in ganz kurzer Zeit irgendetwas mitteilen, einen Inhalt, ein Content, etwas Sinnvolles und ja, manchmal ist es halt so, dann fängst du mit einem Satz an und hörst dann auf, aber die Botschaft wurde überhaupt nicht klar. Deswegen wirst du nicht alle Videos hier verwenden können, aber ich sage immer so, wenn ich aus einem 8,5 Minuten Video drei, vier gute Videos rausgeschnitten bekomme, dann habe ich da mein Ziel schon vollkommen erreicht. Und Opus Clip zeigt dir hier oben an, ein Scoring, also 99 von 100 Punkten habe ich hier anscheinend erreicht. Das werden wir uns gleich mal anhören, ob das tatsächlich dann auch so ist. Ich habe wohl eine einigermaßen gute Hook hier in dem Video drin. Dann hast du einmal, wie ist der Flow, ist auch ein A, A- habe ich hier, ein A ist ein sehr gutes Ergebnis, gibt noch eins besser, das wäre dann A+. Plus, das Engagement ist auch okay, aber ich könnte natürlich hier auch noch ein, es gibt hier auch so Tipps, was du besser machen kannst. Also wenn ich zum Beispiel noch ein paar Anekdoten oder Erfahrungen austauschen würde, dann würde das nochmal die emotionale Resonanz beim Zuschauer erhöhen. Das finde ich schön formuliert. Also die KI ist da wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, im Trend liegt es nicht zu 100%, aber es wird für meine Zielgruppe relevant sein. So, wir können ja mal hören, was er da draus gemacht hat. Es geht 47 Sekunden, schauen wir mal. Was ist dein größter Wunsch im Leben? Warum willst du am Ende des Tages ein Top-Verkäufer sein? Es gibt ja immer einen Grund, der dazu führt, dass du das tust, was du tust. Und das möchte ich gerne wissen, damit ich sehen kann, okay, wie können wir gemeinsam dieses Ziel erreichen? Wie kann ich dir vielleicht deinen Wunsch auch erfüllen, wenn du dir zum Beispiel sagst, ich möchte auch gerne selbstbestimmt und frei leben, ich möchte mich selbstständig machen, was auch immer es ist. Und da muss ich ja wissen, okay, bin ich überhaupt der richtige Mann dafür, für den Job? Und das solltest du bei dir auch tun, egal was du verkaufst, egal welches Produkt oder welche Dienstleistung du hast. Finde heraus, was ist das Problem deines Kunden und wie kannst du ihm helfen? Was ist dein größter Wunsch? Und erst wenn du das weißt, dann präsentierst du dein Produkt, nicht vorher. Das ist dein größter Wunsch. Okay, also ist okay das Ergebnis. Ich würde es tatsächlich nicht posten, weil es mir zu langatmig ist und weil die Kernbotschaft da für mich nicht klar erkennbar ist. Deswegen, das würde ich raushauen. Das hier auch. Warum? Weil ich hier eine Folie eingeblendet habe und das ist langweilig, wenn du dann so eine Folie hier postest. Die Leute wollen ja sehen, was du machst. Wenn dann hier irgendwie was anders zu sehen ist, als du selber oder es hier nur so ein Ausschnitt ist, dann finde ich, sieht das nicht cool aus. Deswegen lasse ich das. So, wir nehmen jetzt einfach mal dieses erste Video hier. Es ist nicht das perfekte Beispiel. Ich würde es tatsächlich so nicht posten, weil es mir zu langatmig ist. Aber wir können es hier auch bearbeiten. Du kannst es, wenn du es direkt posten möchtest. Das ist der Autoscheduler. Dann kannst du hier deine Profile verknüpfen. Also aktuell YouTube, TikTok, Instagram Reels und LinkedIn. Du kannst hier was dazu schreiben. Er schreibt hier schon was vor. Also das, was im Video schon vorkommt, könntest du so posten, würde ich aber nicht machen. Ich bearbeite das immer noch mal ein bisschen. Und dann kannst du es entweder schedulen oder direkt auch posten. Finde ich eine ganz coole Geschichte, weil dann hast du nicht zwei, drei, vier, fünf Profile. Du musst nicht das Video erst runterladen, bevor du es teilst. Bei YouTube ist es ja so, da ist es völlig egal, was du als Titel nimmst bei Shorts. Es ist auch völlig egal, was in der Beschreibung steht. Bei YouTube Shorts kommst du auf eine Sache an. Das Ding muss am Anfang direkt die ersten Sekunden richtig knallen. Und deine Zuschauerbindung muss hoch sein. Wenn es das nicht ist, dann floppt dein Shorts-Video. Und damit es das nicht tut, werde ich es jetzt in diesem Fall einmal bearbeiten. Gehe auf den Stift hier drauf. Und dann siehst du hier auf der linken Seite die Textbausteine, die Opus Clip hier ausgewählt hat, um dieses Video zu erstellen. Und ich würde tatsächlich eher dann hier mitten reingehen. Ich muss das einmal kurz überfliegen. Ich würde tatsächlich hier anfangen. Also egal, was du verkaufst, würde ich hier auf Anfang setzen. Wenn du das markierst, das Wort, und dann hier auf Set as Start gehst, dann macht er das als Anfang. Und dann würde ich mal gucken, egal, was du verkaufst, egal, was du Produkt, und dann präsentierst du dein Produkt. Nicht vorher. Das wäre jetzt ein richtig kurzes Shorts, aber auch, du siehst hier unten, Länge 16 Sekunden, aber auch diese Shorts haben bei mir manchmal tausende Plays. Also wir gucken mal kurz rein. Egal, was du verkaufst, egal, welches Produkt oder welche Dienstleistung du hast, finde heraus, was ist das Problem deines Kunden und wie kannst du ihm helfen, was ist sein größter Wunsch. Und erst wenn du das weißt, dann präsentierst du dein Produkt. Nicht vorher. Das lasse ich jetzt einmal und speichere das ab. Ups, genau. Dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. 15 Minuten ist es meistens nicht. Das sind meistens so irgendwie 3, 4 Minuten. Und in der Zeit könntest du jetzt die anderen Videos einmal anschauen noch. Ich werde das jetzt natürlich nicht alles durchkennen, sonst wird das Video unnötig lang. Aber ich kann aus diesem Video, was 8,5 Minuten geht, ich verlasse mich nicht so sehr auf das Scoring hier, auf jeden Fall meine 3, 4 Videos wieder rausziehen, die ich dann auch posten kann. Klick einfach in der Beschreibung unten auf den Link. Ich habe es dir dort einmal in die Beschreibung rein und schau mal, jetzt hat er das Video fertig. Wir können es uns einmal angucken. Was du verkaufst, egal, welches Produkt oder welche Dienstleistung du hast, finde heraus, was ist das Problem deines Kunden und wie kannst du ihm helfen, was ist sein größter Wunsch. Und erst wenn du das weißt, dann präsentierst du dein Produkt, nicht vorher. So, jetzt mache ich mal folgendes, ich mache das jetzt einfach mal direkt. Und zwar, ich lösche das hier raus. Ich poste das jetzt einmal live direkt bei YouTube. Habe ich auch noch nie gemacht, schön. So, wie nennen wir das Ding? Produktvorstellung im Verkauf. So geht es richtig. So, Hashtag Shorts. Und nochmal, es ist völlig egal, was hier steht. Du kannst jetzt hier eine Beschreibung hinzufügen. Mache ich im Nachgang manchmal. Es reicht auch aus, wenn du sagst, hier in dem Fall geht es um Verkaufstraining. Es geht um Umsatz machen. Es geht um Geld verdienen. Und ich könnte ja auch nochmal eine Kleinigkeit schreiben. Lasse ich jetzt aber sein. Wir wollen ja hier nicht lange machen. Und ich publische das jetzt direkt. So, und dann ist das Ding auf YouTube. Ja, so schnell geht das. Ich könnte natürlich jetzt auch hier sagen, okay, TikTok mag ich auch noch, aber lasse ich jetzt einmal ganz kurz. So, das ist Opus Clip. Und ich kann dir nur empfehlen, nutz dieses Tool. Es ist, auch wenn du die Pro-Version hast, wirklich günstig. Also es kostet, glaube ich, irgendwie 10 Euro im Monat, aktuell zumindest. Also dafür ist das allemal sein Geld wert. Wir sind mega happy, dass es dieses Tool gibt. Es gibt noch mehrere andere, die auch okay sind. Und es gibt auch welche, die sind besser, aber die sind dann auch richtig teuer. Kostet 50, 60 Euro im Monat. Also vergleichbare Tools, die Ähnliches können. Wir sind mit Opus Clip mega happy. Kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Wir empfehlen das unseren Kunden auch immer weiter. Und was ich dir auch empfehlen kann, ist, abonniere den Kanal hier und folge mir gerne. Aktiviere die Glocke, denn hier geht es um das Thema Verkaufen, um Business Building, um Kommunikation. Wenn du dir ein eigenes Business aufbauen möchtest oder auch Produkte oder Dienstleistungen am Telefon verkaufst, dann bist du hier genau richtig. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dein Uwe.